Hast du irgendein Problem? Komm, komm, komm 1 gegen 1, komm 1 gegen 1 Ich hab keinen Bock mehr zu normalen Okay Jungs, hier der Beweis, dass es real ist, ja Ich hab keinen Bock mehr Ich spiel nicht mehr Fortnite Dass jetzt ein Like und ein Abo da, sonst hast du für die nächsten 3 Jahre Nur Pech in deinem Blick Oh mein Gott Jungs, ich hab so Bock auf diesen Stream, Digga Es wird einfach so wild, weil Ich will einfach so krank viele Punkte machen Wir enden dieses Streams, einfach die 3K Erreichen, wir streamen jetzt noch so 2 Stunden Und diese Runde will ich einfach 2000 schaffen, Digga Also ich denke schon, dass ich es schaffe Weil ich will einfach alles, alle töten So 2, 3 Kills machen und dann geht der Hase Freunde, er will diese Runde 2000 Punkte voll machen Da vorne ist er auch schon, er ist auf dem blauen Haus gelandet Oder ich glaube, das wird nichts Oh mein Gott, ist es nicht dieser Oh mein, oh mein Gott Jungs, da ist einfach hier der Arils Assault Oder keine Ahnung wie der heißt Aber Jungs, das ist einfach so ein seltener Skin, Digga Ich hab den noch nie gesehen Ich spiel seit 2 Jahren Ich spiel 2 Jahren einfach Fortnite Und hab diesen Skin noch nie gesehen Ich bin wieder am zittern, Digga Ich seh immer irgendwie, wenn ich so seltene Skins seh Zitter ich Hey Leute, er ist richtig gehypt Weil er meinen Aerial Assault Trooper gesehen hat Er hat mich direkt auf dem Dach gesehen Wo ich mir grad den Biggie gegeben hab Also wir haben auf jeden Fall schon mal seinen Respekt Und ich glaub dadurch, dass er jetzt meinen OG Skin gesehen hat Wird er noch mehr tryhard Heißt, ich muss mich jetzt noch mehr anstehen Weil er ist ein richtig guter PC Spieler Jungs, ich werd jetzt so reinschwitzen, Digga Ich will alles geben, um die alle zu töten Oh mein Gott Ich hab so, ich bin so paranoid gerade Jungs, Jungs und sorry, dass ich jetzt grad nicht so auf den Chat eingehe Weil eben, ich bin grad so im Schwitzer Modus Ich hab einen geholt Er ist grad immer noch am fighten Wir müssen jetzt seine Ede nehmen, Leute Oh mein Gott, nein Nein, nein, nein Das ist er Das ist er Ich will den jetzt Ich will den direkt um hier und jetzt Er hat richtig Angst, Leute Er hat so Angst, wir hätten ihn fast getrappt Er hat so Respekt Er hat meiner Meinung nach viel zu viel Respekt Er hat keine Metze Versteckt sich in der Mülltonne Komm her, Junge Wo bist du? Hallo Wo bist du? Wo ist er? Er versteckt sich in der Mülltonne Komm raus Hallo Ist hier jemand? Woher ich das weiß, Bruder? Ich bin Stream-Sniper Er ist One-Shot Er ist One-Shot Nein, Junge, woher weiß er das? Woher weiß er das? Ich will, ich hab, ich, Junge, ich hab Bitte, nein No Nein Nein, er hat mich gepiggegst, Digga Nein Und er tanzte auch noch Nein, Junge Hä, lol Mali-Echse Aber, Digga, oh mein Gott, Junge Es ist einfach einer der seltensten Skins im ganzen Game Leute, er ist richtig gehypt, Alter Weil wir ihn gekillt haben Er regt sich nicht mal richtig auf Er freut sich sogar Weil er von einem von den seltensten Skins gekillt wurde Bruder, absoluter Irgendwann Ich dachte, er wird jetzt komplett rage Ey, aber er hat sich so gefragt Woher? Ich weiß, dass er in der Mülltonne ist Bruder, ich bin Stream-Snapper Und das wirst du gleich noch rausfinden Oh mein Gott, Jungs Ich hab einfach den Aerial Assault Trooper gesehen, Digga Es ist so ein Zufall, ich schwör Diesmal wird einfach die 2000 durchgegrinert Weil ich einfach Bock hab Ich geh einfach positiv weiter Nein Oh mein Gott Oh mein Gott, nein Nein, nein Einfach nein Nein Junge, nein Ich seh schon wieder so ein seltenen Skins Nein, das ist der gleiche Oh mein Gott, Leute Er hat einfach mich direkt wieder gesehen Er hat jetzt auch übel Angst Er will unbedingt die 2000 Punkte voll machen Aber Bruder, ich glaub, du wirst heute nur Minuspunkte machen Nein, was ist das für ein Zufall, Digga Ich seh zwei Jahre Nicht einmal diesen Skins Auf einmal seh ich ihn zweimal hinterher Nein, er landet bei mir Jungs, aber was ist schon wieder Wenn er mich nochmal holt Dann ist meine Ehre aber komplett weg Aber diese andere Ich probier diesmal die 2000 Punkte jetzt komplett zu holen Aber wenn der mir in die Quere kommt Dann tut es weh Aber was ist, wenn er ein Stream-Sniper ist? Was wäre, Jungs? Okay, Leute Er hat eine Vermutung Er denkt, dass ich ein Stream-Sniper bin Ich weiß nicht, ob wir ihn vom Gegenteil überzeugen sollen Wenn ich mich von ihm killen lassen soll Aber an sich wollen wir ihn ja zum Ragen bringen Deswegen, ich kann mich nicht von ihm killen lassen Ich muss ihn holen, Freunde Ja, Jungs, es ist mir komplett egal, wenn es ein Stream-Sniper ist Ich werde jetzt trotzdem alles geben Ich werde ihn jetzt komplett killen Auch wenn er weiß immer, wo ich bin und was ich tue Ich bin einfach der beste Spieler, ich schwör Leute, er ist sich richtig siegessicher Er meint, dass er mich jetzt zu 100% holen wird Okay, Bruder, dann würde ich sagen Ich pushe dich so langsam Und dann werden wir sehen, wer wen holen wird Nein, bitte, bitte Mach mir nicht Angst, ihr Ich, ich, ich bin so richtig paranoid bei so Ah Leute, er hat richtig Angst vor mir Er hat die Waller Anstatt dass er einfach editet Und meine Ehre nimmt Und er hat zu viel Respekt Was macht der da? Völlig lost, Alter Ah, ah Junge, ich komme hier nicht hoch Jungs, ich komme hier nicht hoch Ah Jungs, das Ding ist Ich glaube, er ist an sich besser als ich Aber er hat zu viel Respekt Viel zu viel Respekt Und er ist viel zu aufgeregt Leute, schaut mal, wie aufgeregt er ist Er hat richtig Angst, Alter Er bekommt richtig Paar Nur weil er bei den Aerial Assault Oh, süß Er hat richtig Angst zu sterben, Alter Hallo Der Aerial Assault Killer ist da Wo bist du? Raus Klopf, klopf Wer ist da? Komplett die Ehre genommen Nein, was macht der Junge? Was macht der mit Nein Nein Was macht der, Digga? Er schützt mich hier Nein Nein Es ist schon wieder der gleiche, Digga Ich habe keinen Bock mehr, Digga Was ist das, Junge? Wie kann das so ein Zufall sein? Digga, der Streamslight doch, Junge Ja, und jetzt, jetzt lässt er sich töten, Digga Was ist das für ein Typ? Leute, Leute So langsam regt er sich auf Langsam regt er sich auf Okay, wir bringen ihn gleich zu Rage Junge, wenn er noch einmal in meine Runde kommt Ich melde den wegen Streamsniping Was? Du weißt, wer das ist? Hä? Sag bitte Sag bitte Bitte Junge, wenn ich den Wenn ich den erwische Ey, ich nehme so seine Ehre Ist es Carmo? Schau, ob er streamt Warte mal, ich schau jetzt wirklich, ob er streamt, Digga Ich schau, nein Wenn er streamt, Digga Er streamt echt Er streamt echt, Digga Er streamt echt Oh mein Gott, Junge Wenn es Carmo ist, Digga Nein Ist er wieder, wenn er in meine Runde kommt Dann, nee, dann höre ich einfach Junge, dann höre ich einfach auf, Digga Oh mein Gott, Leute Er denkt einfach, dass es Carmo ist Weil irgendein Ehrenabonnent mich gerade verteidigt hat Einfach in den Chat geschrieben hat Dass es Carmo ist Weil Carmo gerade auch streamt Und er hat das einfach abgekauft Er denkt jetzt wirklich, dass Carmo ist streamst Carmo hat ja auch Renegade Raider Aerial Assault Trooper OG Ghoul Trooper und so Wenn er mich jetzt gleich nochmal sehen wird Ich glaube, da wird er richtig ragen Nein, Junge Da ist er schon wieder Wie kann er dreimal in meine Runde hintereinander kommen? Wie geht das, Digga? Wie geht das? Real job Wie geht das? Es ist nicht mehr Es ist nicht mehr normal Wie kann er dreimal hintereinander in meine Runde kommen? Es ist eigentlich so unwahrscheinlich Äh, hat er das studiert oder so? Hat er das studiert, dass er da jede Runde in meine Runde kommt? Oder hä? Ey, aber ey, Junge, du hast wirklich recht Äh, Carmo hat ja wirklich diesen Skin Diesen, ähm, Mann von der Also, männliche Version von der Renegade Raider Junge, wenn er halt wirklich das ist, dann Nein Wie soll Junge, wie kann ein E-Sportler Also Real Talk Nee Und sein Name ist doch nicht mal gleich Ich schwöre Ich glaube nicht, dass das Carmo ist Weil, komm Der hat einfach Der ist ein E-Sportler Der hat andere Sachen zu tun Ich glaube, dass irgendein anderer Streamer Der gerade sich den Spaß erlaubt Was ich aber nicht korrekt finde, ja? Okay, Leute Er ist so schlau gewesen Und hat auf den Namen geachtet Ich dachte jetzt schon Dass er wirklich denkt Dass es einfach Carmo ist Bruder, wie unwahrscheinlich Ey, Streamsniper Du wirst mich jetzt nicht zum dritten Mal In meinen Streamen blamieren Ich werde dich diesmal holen Ich gebe alles dafür Ich gebe jetzt wirklich alles Wenn er mich wiederholt Dann, 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 nee Dann einfach nein, Junge Dann, nein Ey, Streamsniper Komm zum Luisa-Bus Dann werde ich so deine Ehre nehmen Dann werde ich so deine Ehre nehmen Dann werde ich dich trappen Okay, Freund Er hat gesagt, ich soll zum Neustartbus kommen Bruder, da sage ich nicht nein Aber auf ihn wartet hier jetzt eine kleine Überraschung Warte jetzt, bis er kommt Und dann werfe ich Granaten auf ihn Das wird dann richtig lustig Weil er sich krank erschrecken wird Junge, nein, nein Nein, 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 nein Er ist wirklich zum Er ist wirklich zum Luisa-Bus gekommen Wie kann es sein? Leute, wir werden ihn jetzt einfach zum dritten Mal holen Ob er will oder nicht Er hat gerade gesagt, er hat keine Metz mehr Oh mein Gott, er hat mich so One-Shot gemacht Ich habe euch gesagt, er ist kein schlechter Spieler Egal, ich werde ihn jetzt trappen Oh mein Gott, habe ich ihn gelasert Oh mein Gott Ich habe ihn, ich habe ihn Ich habe keine Metz mehr Nein Ihre genommen, Alter Junge, nee Was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Nein, Junge Er double-trapped mich Nein, Junge Er double-trapped mich Er ist der beste, Junge Er double-trapped mich Wer ist das, Junge? Wer ist das? Oh mein Gott Er ist der beste Spieler Und er ist es schon wieder Der Mann Es ist schon wieder dieser Mali Binde-Echse-Bates Junge Nein Er tanzt doch noch Er tanzt doch noch Junge, hast du irgendein Problem? Komm, komm Komm, eins gegen eins Komm, eins gegen eins Er double mich, Junge Komm Hör mich, Digga Ich habe keinen Bock mehr zu normal zu spielen Ich will einfach nicht mehr streamstablen Ich will einfach normal spielen, Junge Was bist du für ein Mensch, Alter Oh mein Gott Er lasse gerade richtig aus Okay, Freunde Ich denke, wenn wir ihn jetzt noch Ein allerletztes Mal holen Bruder, dann ist vorbei Also dann hört er, glaube ich, wirklich auf zu streamen Oh mein Gott, Leute Er hat einfach gesagt Wenn wir ihn jetzt noch einmal stream snipen Dann löscht er Fortnite Und beendet den Stream Bruder Also ich hätte wirklich nicht gedacht Dass er mit Fortnite aufhört Beziehungsweise das deinstallieren wird Nur weil wir ihn stream snipen Aber Bruder, ich glaube, der will das eh nur so sagen Dass ich Mitleid bekomme Dass ich so sage Ja, okay, ich höre jetzt auf zu streamen Ich will nicht, dass er wegen mir mit dem Spiel aufhört Und so Deswegen, ich werde ihn aus Prinzip jetzt weiterhin stream snipen Erst dort oben Einfach in der Luft Und ich hoffe, er wird jetzt denken Dass ich nicht in der Runde bin Weil dann wird er so sich richtig freuen Und so sagen Bestimmt Mein Gott, er ist nicht in meiner Runde Aber dann am Ende werde ich ihn doch holen Und dann wird er richtig ausrasten Wie kann der dreimal in meine Runde kommen? Ich verstehe dieses Game nicht Es macht keinen Sinn für mich Aber wenn man mich einmal noch tötet Dann beende ich den Stream Und lösche Fortnite Und das meine ich ernst, ja? Ey, Jungs, das kommt keiner mit Das finde ich schon mal richtig geil Und ey Was halt Was halt so das Ding ist Ich wollte 3000 Punkte machen Dieses Stream Wir haben nicht mal Wir haben nicht mal ansatzweise Plus gemacht Wir haben komplett Minus gemacht Wir haben 200 Punkte Minus gemacht Das gibt es doch nicht, Jungs Ey, Jungs Ich schwöre Ich glaube nicht, dass er in dieser Runde ist Wir warten jetzt hier schon seit einer Minute Oder zwei oder so Und er ist immer noch nicht da Jungs Wenn er nicht drin ist, Digga Dann wird es so abgehen, Digga Dann, ich schwöre Wir werden jetzt den Win reißen Und mit 5 Kills auf Ansage Und Jungs Ich bin so hyped jetzt, wenn er nicht drin ist Was habe ich euch gesagt, Freunde? Er wird sich richtig freuen Dass wir nicht in seiner Runde sind Oh mein Gott Ey, Jungs Ich loote jetzt hier noch ein bisschen Aber ich habe keinen Schild Jungs, was? Von wo, Digga? Von we? Wo? Junge, bitte Nein, bitte Nein Leute, ich werde ihn jetzt die ganze Zeit Mit der Sniper von hier anschießen Er wird nicht wissen Von wo ich schieße Er wird sich richtig aufregen Und so denken Okay, wir sind vielleicht doch wieder in seiner Runde Und richtig Angst haben Jungs Jungs, was ist es, wenn es wieder der Schildsniper ist, Mann Dann habe ich gar keinen Bock mehr Ich Einfach nein, Junge Ich Er raged gerade Er raged gerade Rietje hat schon gegen seinen Tisch gehauen und so Oh mein Gott, viel zu lustig Komm raus, Arie Er soll super, wenn du dich traust, Junge Also wenn du wirklich so feigen willst Dann kriegst du jetzt ein Feig, Junge Jungs, er sagt Ich soll nicht so feige sein Und ihn pushen Bruder, das ist ja der ganze Spaß weg Wenn ich dich jetzt einfach so pushe Junge, wo ist der? Nein Degg, von wo kommt der schon wieder, dieser Schuss? Hä? Ich sehe hier nichts, Junge Was ist das? Ich glaube, ich weiß wo Ich glaube, ich weiß wo, Jungs Oh mein Gott Was ist er denn für einer? Ja, ich sehe ihn, Degg Ich sehe ihn Ich sehe ihn Ist mir jetzt egal Ich pushe Ist mir egal Okay, Freunde Er hat mich gesehen Er pusht mich jetzt Es ist schon wieder dieser Aria Super Nein, Jungs, nein Jungs Wie kann das sein? Kann das nicht, Mann Ich habe doch keinen Sinn Jungs Ich dachte, ich kann endlich mal wieder so eine Runde machen Wo ich die Gegner so bam, 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 bam machen kann Aber nein Es wird wieder so eine richtige Junge, was ist das? Wer ist das denn? Er regt sich richtig auf Er dachte, er kann nur streamen, Bruder Nicht mit mir, Alter Ey, Jungs Ihr müsst wissen Ich spiele zur Zeit nicht auf meinen Account Weil die Freude mir den zur Verfügung gegeben hat Weil meiner Zeit richtig droppen ist Jungs, wir müssen durchziehen Wir haben keine Metz mehr Es macht... Nein, Mann Schießt mich doch nicht an, Digga Ich wette, er hielt es schon wieder Jetzt läuft er weg Okay, jetzt gibt es eine kleine Verfolgungsjagd Komm her Junge, es macht doch keinen Sinn, Junge Ich renne jetzt weg Brudi, es bringt nichts, sich zu verstecken Er will die ganze Zeit wegrennen Er denkt, ich bekomme ihn nicht Ey, und falls ihr euch wundert, wieso ich einen AirPod drin habe Ich muss ja seinen Stream hören Dass ich weiß, was er sagt Dass ich darauf antworten kann Weil beim letzten Video haben ein paar von euch kommentiert Also in meinen Augen Die Menschen, die das kommentiert haben Die sind richtig dumm Ohne Gehirn Aber schaut ihr euch jetzt hier an Ich hätte ihn schon längst snipen können Wir machen ihn jetzt ein bisschen Angst Oder geben ihm einfach einen Headshot Nein Nein, 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 nein Mann Es ist dieser Marley Was Ist Was Ist ein Problem, Digga Ich lösche jetzt Fortnite Ist mir egal Ich lösche jetzt Fortnite Und ich beende auch hier den Stream Ich Alter, Junge Alter, Junge Alter, Junge Alter, Junge Ich zeige jetzt den Beweis, dass ich lösche Okay Nein, er will Fortnite löschen Oh mein Gott Er will Fortnite löschen Okay, Jungs Hier ist der Beweis Und das ist real Ist, ja Ich habe keinen Bock mehr Ich spiele nicht mehr Fortnite Es macht keinen Spaß Wenn ich gespielt Junge Wer ist das überhaupt gewesen, Mann Selbst Er gibt dir nicht mal zu, wer er ist oder so Ich gehe jetzt auf Bibliothek Dann hier auf deinstallieren Und deinstallieren Das war es jetzt Ich spiele jetzt kein Fortnite mehr Kein Bock mehr, Digga Deinstallieren, Junge Gar keinen Bock mehr Tschüss Tschüss Oh mein Gott, Freunde Er hat einfach wirklich Fortnite deinstalliert Ich fasse es nicht Also ich hätte echt nicht gedacht, dass er Fortnite löscht Geht mal bitte auf seinen YouTube-Kanal Und schreibt, dass er Fortnite wieder runterladen soll Und macht bei ihm die 2000 Abos als Entschuldigung voll Macht auch unbedingt die 2000 Abos bei meinem Cutter voll Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid Ihr habt eh bestimmt schon ein Abo dagelassen Weil ihr absolute Ehemänner seid Kuss geht raus an jeden Einzelnen Danke für den Krankensupport in letzter Zeit Ich bin euch wirklich so dankbar Danke, dass die Videos teilweise immer 20.000 Likes haben Und über 300.000 Aufrufe Passt so viele, viele Abonnenten ab Das ist so crazy Vor allem nach ein paar Tagen Neben meinem Kopf werden euch noch weitere Streamslip-Videos angezeigt Das ist absolut euer Lieblingsformat Und ja, Freunde, tschüss